Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren im Stadion, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Paderborn. Neben mir begrüße ich die beiden Gener, Steffen Baumgart und Markus Anfang. Unser Gästetrainer hat wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitteschön. Ja, hallo erstmal. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr hochklassiges Spiel gesehen. Wir haben ein sehr emotional geführtes Spiel gesehen von beiden Mannschaften, wo durchaus auch Köln als hätte von Siegern vom Platz gehen können. Gerade nach dem 2-1. Wenn Sie da das 3-1 machen, glaube ich nicht, dass wir wiederkommen. Nichtsdestotrotz bleiben wir im Spiel, schaffen wir es, den Ausgleich, schaffen wir in Führung zu gehen. Wie gesagt, ich will gar nicht weiter in die Auswertung gehen. Ich glaube, wir freuen uns, hier gewonnen zu haben. Wir wissen, wie schwer das ist. Und von der Part erfreuen wir uns, dass wir mit einer sehr guten Leistung über 90 Minuten es immer wieder geschafft haben, auch Druck zu machen. Wir wussten um die Stärke von Köln, gerade auch, wie sie sich von hinten rausgespielt haben. Da hätte uns einer oder andere auch schief gehen können. Wie gesagt, wir konnten unser Spiel durchsetzen, konnten als Sieger vom Platz gehen. Und darüber freuen wir uns. Dankeschön. Vielen Dank. Markus, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal hallo. Gratulation an Paderborn zum Sieg heute. Ich glaube, wir haben genau das Spiel gesehen, was wir auch erwartet haben. Es war klar, dass Paderborn uns versucht unter Druck zu setzen. Wir haben es schon im Training immer wieder gehabt, wo wir gesagt haben, es wird ein Umschaltspiel permanent. Wir müssen nachschieben, wir müssen versuchen, die Räume eng zu machen. Das ist uns dann in der ersten Halbzeit auch nicht so wirklich gelungen, ohne dass wir jetzt zwangsläufig schlechter waren. Ganz im Gegenteil, wir hatten ganz viele Aktionen nach vorne und müssen da auch, glaube ich, das eine oder andere Tor wesentlich mehr machen. Und ich habe auch so Spielsituationen gehabt, wo du sagst, normalerweise sind die Spieler dafür prädestiniert, in solche Situationen reinzukommen. Aber wir haben es halt nicht bis zum Abschluss durchgespielt. Und deswegen haben wir uns auch nicht diesen Vorsprung erspielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gehen wir dann 2-1 in Führung und müssen eigentlich das 3-1 nachlegen. Und das haben wir halt nicht geschafft. Und Paderborn war halt permanent auch immer wieder mit Kontraaktionen immer wieder gefährlich und schießen dann das 2-2. Und ja, dann versuchst du natürlich weiterhin auf Sieg zu spielen. Dann bekommst du einen Elfmeter gegen dich und dann schießt 3-2 und dann versuchst du das Spiel nochmal zu drehen. Wir haben dann nochmal alles riskiert, haben auch nochmal Stürme eingewechselt, vorne reingestellt, haben von hinten komplett aufgelöst und wollten dann unbedingt den Ausgleich treffe oder machst du den Ausgleich treffe und ja gut, dann gerätst du in Unterzahl. Dann war es schon schwierig, muss man schon sagen. Das ist ein kleiner Knackpunkt gewesen, dass du eine gelb-rote Karte bekommen hast in der Situation. Waren sowieso ganz viele knifflige Situationen dabei, die vielleicht zwangsläufig mal auf die Seite, mal auf die Seite, in einer oder anderen Situation ein bisschen weniger auf unsere Seite gefallen sind. Und dann muss man sagen, es ist ärgerlich, dass du das Spiel dann so verlierst, das fünfte Tor. Ich glaube, wenn du dann aufgerückt bist und permanent auf das vierte Tor spielst, dann ist es halt so. Aber insgesamt müssen wir einfach von dem Spiel mitnehmen, dass es wahnsinnig schwer ist, in der zweiten Liga Spiele zu gewinnen. Dass du 90 Minuten 100 Prozent brauchst, dass du es wesentlich besser verteidigen musst, gerade die Kontraktion. Aber wir werden daraus lernen und es zeigt doch, dass es kein Selbstläufer ist. Jeder kann jeden schlagen in der Liga und wir haben den Anspruch, die Spiele zu gewinnen. Das ist heute nicht gelungen, aber es ist auch kein Beinbruch, weil die letzten Wochen waren recht gut. Wir werden uns jetzt wieder vorbereiten und werden versuchen, nächste Woche dann drei Punkte zu holen. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Ihre, eure Fragen an die beiden Trainer. Dann Jürgen Kemper vom Express, bitte. Herr Anfang, Sie haben es angesprochen, Sie machen doch das 3-3 dann später. Muss man dann vielleicht nicht mal sagen, dann unterzahlen, dass man dann den Punkt mal vielleicht mitnimmt und nicht dann noch weiter nach vorne rennt? Ich glaube gar nicht, dass wir so wahnsinnig nach vorne gerannt sind in der Situation, wo wir dann das Gegentor bekommen haben. Aber es ist halt unser Anspruch, Spiele zu gewinnen, das ist auch klar. Aber wir werden das jetzt nicht bis aufs Verderb betreiben. Wir werden schon versuchen, das auch irgendwo kontrolliert zu machen. Aber gut, es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Die Jungs, die wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben das auch ausgegeben. Dann läufst du in so eine Situation rein. Das ist natürlich ärgerlich. Aber es war jetzt nicht so, dass es aufgrund dessen, weil wir das Spiel gewinnen wollten, dass wir das Spiel jetzt verloren haben. Es waren klassisch auch Zweikampfsituationen, die wir nicht so gelöst haben, wie wir sie eigentlich lösen können. Dankeschön. Weitere Fragen? Holger Schmidt von der dpa. Herr Anfang, Sie predigen Offensivfußball. Das ist für die neutralen Zuschauer auch super anzusehen. Aber jetzt 5 zu 3, 3 zu 5. Ist das vielleicht sogar Ihnen ein bisschen zu viel Spektakel? Wäre es Ihnen lieber, wenn das mal ein bisschen gemächlicher alles über die Bühne gehen würde? Ich sage es mal so. Wir haben nicht davon gesprochen, dass wir Spektakelfußball machen und Gegentore haben wollen. Wir wollen auch kein Spektakelfußball liefern, sondern wir wollen schon kontrolliert unser Spiel durchbringen und dominant sein. Das wird dann so interpretiert, weil wir halt versuchen, offensive Lösungen zu finden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht verteidigen wollen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wir da noch wahnsinnig viel Luft nach oben haben, dass wir viel zu viele Gegentore bekommen, auch einfache Gegentore bekommen. Heute in dem Spiel, ich glaube, das war nur mal ein Fingerzeig dafür, dass es zu einfach ist. Wir haben ganz viele Spielsituationen, wo wir klein in Überzahl sind oder mindestens in Gleichzahl sind und wir verteidigen es nicht gut. Also es geht nicht darum, viele Tore zu bekommen und viele Tore zu schießen, sondern es geht darum, ein gutes Spiel zu machen und sich am Ende zu belohnen. Und mir würde auch ein 1-0 reichen. Dankeschön. Herr Gonczarowski, bitteschön. Herr Baumgart, Ihre Mannschaft feiert da unten Lautstark mit Körner Karnevalsliedern. Wer ist denn bei Ihnen der Kabinendj? Und haben Sie sich von daher vorbereitet im Vorfeld? Auf was? Auf die Feier? Auf die Feier. Ich glaube nicht, dass du hierher fährst und irgendwas vorbereitest. Also wir wollten hier ein gutes Spiel machen. Aber glauben Sie mir, die Jungs sind auf alles vorbereitet. Die wären auch gut vorbereitet gewesen, wenn wir heute verloren hätten, was ja auch hätte passieren können. Also wie gesagt, wir wollten hier eine gute Leistung bringen. Ich glaube, das war ausschlaggebend und ich glaube, in Köln fährst du nicht hierher und gewinnst einmal mal so. Weil für mich war das auch, ich will ja nicht sagen, eine Premiere, aber so oft ist mir das als Spieler nicht passiert und als Trainer schon gar nicht. Und jetzt freuen sich die Jungs. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche großen Ausartungen haben, sondern die Jungs freuen sich jetzt und es ist dann nachher auch gleich wieder vorbei. Danke. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag. Vielen Dank.